Unabhängigkeit und Demokratie waren uns schon immer wichtig. So haben wir uns entschlossen, einen Grossteil unserer Produkte selbst herzustellen. Und so könnt auch ihr mitbestimmen, was im Regal bleibt. Oder kurz gesagt, weil wir wir sind und anders als alle anderen. Und weil wir da sind, wo auch ihr seid, entscheidest du, ob du diese oder diese willst. Falls dir das etwas zu schnell gegangen ist, kannst du dir in Ruhe alles nochmals auf unserer Website anschauen.